Es macht den Käse nicht nass, sondern gibt den Käse einfach nur diese Humidität. Der Käse ist, dass er außen schon super cremig ist und in der Mitte noch diesen Topf im Kern hat. Da spricht man von sogenannten Lacktippen, das ist minimaler Lagesatz. Und beim Genießen jetzt für euch alle, nehmt ihr also immer das ganze Stück, also mit der Oberfläche. Wir haben nur einen einzigen Käse, wo wir die Rinde später wegschneiden. Und genießt einfach das Aroma. Bitte wieder kauen, warten, bis sich diese Kräuter kommen. Und vor allem, das Ziel bei diesen Käse ist, der Topf im Kern ist säuerlich und die cremige Masse außen ist etwas vollmundiger. Und dann vermengt sich das am Gaumen und gibt es so schon die erste Impression. Für die, die Ziegenkäse nicht so gern haben, Ziegenkäse grundsätzlich, Ziegenkäse, die Böckchen, sind fehlerhaft. Da können wir später darüber reden, warum das so ist. Und jetzt würde ich einfach einladen, das erste Stück zu genießen. Boa, Frau Marsch, auch du. Ich lebe. Und Frau Marsch. So, Gottfried vom Herrenhof Lamprecht. Den Gottfried würde ich jetzt bitten, dass er uns sein Weingut kurz vorstellt, ein bisschen was über den Wein sagt. Lieber Gottfried. Mikau einschalten. Gottfried, bitte Mikau einschalten. Ja, Gottfried, geht es nicht? Ich schicke dir noch einmal den Link. Wir probieren einmal. Es kommen permanent noch Leute dazu. Ich probiere noch einmal mit der Einladung. Es kann sein, dass es einfach so viele sind. So, also gesendet, tollst du dann noch einmal. Bougi, ja, gell? Ciao. Gut, Fritz. Ja, ich schicke dir schon. Klaus, siehst du, dass da Lamprecht noch das Audio noch genehmigt braucht? Im Chat. Gut. Ja, ich habe gerade telefoniert. Weitermachen, ja. Ja, okay. Dann machen wir weiter den... Also, ich möchte einfach jetzt einmal so über den ersten Käse und Wein reden. Also, ich mache es so auf dem Weg. Also, es ist so wie ein verliebtes Bärchen für mich. Also, echt. So, wenn man jetzt nur den Teig nimmt, ja, und den wunderbaren von Winter dazu trinkt, vom Herrn Hof Lamprecht, dann ist das sehr frisch, sehr lebendig, sehr jugendlich. Es geht einfach so richtig schön rund, sage ich, und für mich ist es einfach vom Mint, die Rebsorte, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und die zwei Herrschaften werden ja später dann noch ein bisschen was über den Punkt erzählen, als solches. Und wenn man dann diesen Käse aber mit der Rinde nimmt, ja, dann, sage ich immer, dann wird so eine Einheit. Dann ist auf einmal schon dieses Erste, wo ich sage, das Kennenlernen, sich nähern und sich schon ein bisschen miteinander gut vermehlen. Also, so empfinde ich diese erste Erfahrung, sage ich jetzt, also von dem Selsor Scheer mit dem Fuhrmint vom Sandstein vom Herrn Hof Lamprecht. Also, in meinen Augen sehr, sehr, sehr elegant, sehr leicht physisch. Also, so richtig, so, wir machen uns auf dem Weg. Vielleicht so den Weinen allgemein, die ihr da heute ausgesucht habt, die ihr alle so in Magen und Flaschen geliefert gekriegt habt. Also, jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin so ein bisschen ein Frick für die gereiften Weine. Deshalb gibt es immer, wenn es bei uns Verpostungen gibt oder vor allem bei Käse und Wein, neben dieser jugendlichen Charmantheit gibt es dann natürlich immer wieder ganz was Getragenes, was gereiftes. Und wir werden euch heute so durchführen, so wie ich jetzt sage, der erste Schritt, das Verliebtsein bis hin zum 50-jährigen Jubiläum oder so irgendwie halt. Zum zweiten Käse. Der Käse aus Brindamur ist einer der seltensten Käse. Und darf ich bitte dazusehen, alle Käse, die wir heute haben, sind Rohmilchkäse. Es ist kein Ansicht, was dressierter als echte Käse. Brindamur kommt vom winzig kleinen Käse rein auf Corsica. Die Schafierten ziehen im Sommer auf die Olmen. Corsica ist ja sehr schroff und da haben wir nur mal einzelne Grasbüschel und das wird die Müll für diesen Käse. Der Käse ist so ein Zwischenling zwischen Frischkäse und Weichkäse. Das hat immer was zu tun mit der Kräuterkombination, die die Tiere fressen. Dann wird der Käse eingebockt in die ausgesiebten Kräuter der Mackie. Das ist dieses Strauchland. Da haben wir im Wesentlichen Bohnenkraut, Rosmarin und Warholmer. Und wir haben heute schon vorprobiert. Ich würde empfehlen, den ersten Bissen ohne die Kräuterhülle zu machen, den Wein dazu. Und in der zweiten Runde mit der Kräuterhülle, den Wein dazu. Der Wein ist von der Heidi Schröck, wieder vom Wind. Und dafür ist die Heidi bitten, dass sie zu ihrem Wein besorgt. Freischalten muss, Heidi. Liebe Heidi Schröck, du musst den Ton freischalten vorhaben. Das geht nicht. Das geht nicht. Okay, vielleicht schaffen wir es dazwischen drinnen einmal, dass das Freischalten von den Winzer vielleicht funktioniert, Klaus. Die Heidi ist ganz verzweifelt und sagt uns das auch, dass es nicht geht. Also vielleicht darf ich, ich übernehme jetzt einfach ein bisschen den Bart von der Heidi. Sie wird dann später sicher gerne über ihren Wein und ihr Weingut noch selber was erzählen. Also für mich ist die Heidi Schröck eine, sie nennt sich Weinbeurin aus Rust. Und sie ist auch noch ganz eine beseelte Winzerin, die sehr sorgsam mit der Natur, mit ihren Rebstöcken und mit allem, was es gibt, umgeht. Und für mich ist sie so die Frau, wo ich sage, echt, die gezeigt hat, wie toll Frauen auch in der Weinwirtschaft sein können. Und darauf bin ich echt sehr, sehr stolz, weil sie auch für viele andere Frauen so quasi, sage ich, irgendwo so quasi, die sind dann in die Fußstapfen gedreht und haben gesagt, das kennen wir ja auch. Bei mir jetzt wieder der Parallel zuerst 2018, Furmin von Franzstein, von Gottfried, jetzt 2006, Furmin gereift. Jetzt sollten ein paar sagen, boah, das ist ja echt ein alter Horror, aber riecht es einmal ein in den Wein. Das ist so etwas von unsagbarem Wein. Also wir haben auch so das Mineralische, wir haben auch ein bisschen gereift da unten. Also ich liebe ja diese Tertiär, mit Käse und Aromen unsagbar, das sage ich auch trotzdem so klar. Er wirkt einfach nicht alt. Und in der Kombination dann mit dem Käse ist das für mich, wo ich sage, wenn ich jetzt unser Pärchen weiterschicke, dann schicke ich es zu jemandem, der auch Weisheit besitzt. Und das war jetzt so mit der Heidi, wo ich sage, es geht ins Getragene, es geht um die Rundung. Haben Sie nicht die Möglichkeit, mit der E-Mail-Adresse einzugehen, Herr Lohra, wo Sie uns umgeben haben? Und zwar war das, da wo wir das geschickt haben, und zwar Lohra war Peter, Peter, Achso, Steinmetz, Steinmetz, ah ja. Jawohl, jawohl, bitte E-Mail, bitte gehen Sie da rein, das funktioniert. Ja, also für mich so in der Kombination, so wie der Gottfrau gesagt hat, zuerst nehmen wir nur den Teig, dann ist das eher ein bisschen sauerbedeinander, es ist ein bisschen frischer, aber mit der Rinde gemeinsam verstärkt sich der Geschmack sogar auch von diesen Bohnenkraut und Kräutern, die da mit dabei sind und der Wein dieser 2006er, ich meine, das ist einfach göttlich, diese Formellung. Also für mich persönlich auf der Zunge, das ist einfach eine Einheit. Und bitte, ich bitte euch bitten, dass ihr wirklich in den Chat schreibt, wie ihr das selber empfindet. Weil für mich, wenn ich den Wein blind kriege, also ich würde nicht sagen, es ist 2006, das ist immerhin, wir haben ja 15 Jahre jetzt, also das ist ja nicht nichts. Also ich habe mich selber so gefreut, wie ich den Keller gefunden habe und Chapeau, Heidi, es ist einfach großartig, du tolle Formell-Meisterin, also echt grandios. Ich hoffe, ihr könnt später noch einfach ein bisschen was über den Formell-Meister erzählen, wenn wir das mit dem Mikro in den Griff kriegen. Okay, gut, dann machen wir weiter. Ja, wir gehen jetzt von der Regionalität her, gehen wir jetzt in die Champagne. Chaours aus der Käse, das was jeder hat, ein Stück ist die Hälfte der Höhe. Der Käse ist eigentlich doppelstöckig und es ist der älteste Weißschimmelkäse überhaupt. Chaours ist ein kleines Dorf in der Schambann, das Kloster dort hat sich intensiv beschäftigt mit der Reinsort-Züchten von Weißschimmelkulturen. Und die Mönche dort waren die allerersten, die Weißschimmel-Reinsorten züchten konnten, um ihn beim Käse dann einzusetzen, weil der weiße Schimmel an der Oberfläche besonders gut auf den Geschmack, auf das Reifeverhalten vom Käse wirkt. Und wenn ihr euch die Stückse anschaut, also uns das hat jetzt so die richtige Temperatur, da seht ihr das hier außen vom Rand weg, haben wir einen cremigen Teil und in der Mitte ist dieser topfige Teil. Und bei Chaours würde ich euch bitten, dass wir am Anfang ein Ministück nur vom topfigen Teil nehmen, weil, so ist die Beschreibung für Chaours, dieser topfige Teil auf der Zunge schmelz muss wie eine Schneeflocke. Es ist ein herrliches Erlebnis, man muss ein bisschen Geduld haben, ein bisschen die Zunge bewegen und dann plötzlich schmilzt dieser Teil in einer herrlichen Frische. Man kann dann schon den ersten Ministuck vom Wein drauflegen und feststellen, wie gut die Kombination schon passt. Und dann im zweiten Schritt sozusagen nimmt man einen topfigen Teil, cremige und Oberfläche in einem, dass man das ein bisschen drei Komponenten hat. Und man kommt bei Chaours drauf, es ist eine unglaubliche Wichte da. Weißschimmel haben wir von Haus aus, das ist eine sehr schöne Kombination. Die Kuhrasse übrigens ist da die gleiche wie beim Camembert. Wir haben in Frankreich 13 geschützte ursprüngliche Kuhrassen und für die besonders geschützten Käse ist immer die Kuhrasse angegeben, die für diesen Käse notwendig ist. Also Chaours, Champagne. Dazu? Dazu trinken wir jetzt von dem Domain William Febri einen Chablis, der Chablis 2018. Und wenn wir über Chablis reden und Febri, muss ich sagen, der Febri war sicher einer der absoluten, wichtigsten Köpfe für den Chablis. Dass der Chablis diesen Stellenwert erlangt hat, den er jetzt hat. Weil früher haben wir meine Beine, was weiß ich, aus Australien oder Neuseeland, jeder hat ja gesagt, ich mache einen Chablis, der hat ihm einfach Chablis genannt. Dann hat der gesagt, nein, 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 so geht das aber nicht. Weil Chablis ist Chablis. Da sind unsere Städte, also in der Burgund, dass ganz, ganz was Besonderes ist, vom Klimatischen her, vom Boden her, also wir haben ja extreme Kalkböen, Kalkmärchen, also eben dieses Mineralische, dass diesem Wein eben so zuteil ist. Und wenn man Chablis, so wie man, das ist schon etwas Besonderes, weil die gehen eher in die Straffheit. Also die wollen eigentlich so, nicht diese Opulenz des Weines, nicht dieses Dicke, dieses Fette, sondern die Eleganz. Die Mineralität soll im Vordergrund stehen. Und immer haben wir ein bisschen Grapefutter, ein bisschen Zitrone, so jetzt ein bisschen alles, vielleicht ein bisschen Wiese, grüne Wiese, also eher diese Noten. Und so wie dieser Chablis, der ist ja jetzt im Stahltag ausgebaut worden und nur zum Schluss ins Finish in Abholzbos gelegt worden. Also jetzt bewusst eigentlich so diese Straffe, dieses Elegante. Also beim Chablis, wenn man nachher, gibt es in dem Ort, in den Städten und in der kleinen Umgebung, das ich Chablis nennen darf, gibt es nachher eben noch 40 Premiergrill und 10 Grandgrills. Und das ist jetzt wirklich so Chablis, die AOC klassisch, die ich auch sehr, sehr genial finde, auch immer zu fischen und allem drum und dran. Und da in der Kombination habe ich, also wenn man jetzt zuerst den topfigen Kern nimmt, dann ist das für mich, kommt das Mineralische eigentlich ganz stark, es kommt die Säure stärker und wenn wir es dann mit der Rinde nehmen, ist das für mich so, wo ich sage, boah, super. Also so wie in der Kirche, wenn wir das Vater um uns erbeten, da steht zum Schluss der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, Amen, passt. Einfach eine schöne Kombination. Also das ist so, diese Zugehörigkeit, ich finde das sehr, sehr elegant und sehr schön. Gut. Also ihr kennt es gern, eure Kommentare in den Chat schreiben. Wir freuen uns darüber. Wir freuen uns. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommen wir natürlich zu einem der Monumente der französischen Käsekunst, zu Camembert. Zum Wort Camembert. Also der Camembert ist eine schwierige Geschichte, weil Camembert als Begriff nicht geschützt ist. Geschützt ist nur Camembert de Normandie AOC. Das ist leider passiert, wie heute oft auf der Welt, dass die große Industrie sich an gut etablierten Namen einverlebt. Und wir haben heute nur mehr drei Rohmilch-Camembert-Produzenten, die man sozusagen als private Produzenten betrachten kann. Es gibt ein paar größere, die man schon eher industriell sehen kann. Und der überwiegende Teil, der die Welt überschwemmt, ist aus großen Industriebetrieben. Bei diesen drei und anderen davon ist sie jetzt da bei uns am Teller. Wir waren schon bei ihm. Das ist eine unglaublich nette Familie. Sie haben 60 Milchkühe und machen ungefähr 650 bis 700 Stück pro Tag. Ja, alles ist Handarbeit. Bei Camembert ist es so, dass die Milch dick gelegt wird und dann stehen gelassen wird, es wird kapuch geschnitten, wie wir das so kennen mit der Käsehafe, sondern die Milch wird, also diese sogenannte Galerte, wird sich vernichten lassen und wird dann Moul à la Lusche, also mit dem Löffel gemahlen, mit einem Schöpfer, werden flache Teile abgeschnitten, die in die Größe der Formen passen. Und fünf solche Stücke passen dann genau für ein Stück Camembert, die Norm und die AOC. Die Kuhrasse ist Normand, ist die gleiche Rasse wie vorher bei Schauchs, ist aber eine normandische Kuhrasse. Großrahmige Kühe, fleckiges Muster von schwarz bis braun. Sie haben dann immer so einen schwarzen, also in der gleichen Farbe, haben sie so einen Ring um die Augen, dient als Sonnenschutz übrigens und einen sehr ausgeprägten Haarschub zwischen den Hörnern. Man erkennt sie dann sofort. Und nur die Milch von der Normand, darf hier Camembert verwendet werden. Und er ist räumlich begrenzt, und zwar auf das Departement Calverdus. Also das Bundesland, auf Österreich ausgedrückt, ist die Normandie. Der Bezirk ist Calverdus. Das heißt, die Normandkühe im Bezirk Calverdus, die Milch darf dann zu Camembert du Normandie verarbeitet werden. Zum Genießen vom Camembert bitte, ihr müsst ihn in die Hand nehmen oder mit irgendeinem Werksäck. Und ihr müsst dann außen die Oberfläche rühren und dann riecht es ein typisches Champignon. Champignon ist ein Pilz, und der weiße Schimmelpitte ist kein Bakterium, ist auch ein Pilz. Man riecht also typisch diese schöne Champignons-Node, und das ist Camembert richtig. Und, weil es vielfältig einmal Camembert kauft, er muss am Rand so leichte, dunkle Reflexe sehen, das kann bis zu rot werden, dann ist Camembert rein. Ein Camembert wird nie fließen. Camembert bekommt vom eigenen Bruch, so ist es rausgegeben. Ohne Probleme, nur mit dem Link. Tschüss. Tschüss. Vom Aroma her hat Camembert seine ganz genaue Typizität. Er ist vollmundig, er schmeckt mehr nach Rahm als nach Milch. Die Weiden sind ja eher karg, sie sind ja meistens unter den Bäumen, wo oben drauf die Hochstaubäpfel für den Kalber auswachsen. Der Schöne geht zu, ähnlich wie bei uns. Die Leute sind nicht so nett, sie sind ein bisschen verschlossener wie bei uns. Aber man kann es super kosten. Ja, also dann nehmt ihr es wieder in den Mund und bitte wieder von vorne anfangen, den ersten Teil wieder mit nicht so viel Rinde und zum zweiten Teil nach dem ersten Wein wieder mit etwas mehr Außenrinde, weil da haben wir immer mehr Salzigkeit und dadurch haben wir mehr Intensität. Ja, Markus, Markus Baumratz? Ja, bin dran. Funktioniert das? Ja, super. Ja, bitte, wenn du so ein bisschen vorstellst und den Wein, den wir jetzt dazu trinken. Sehr gerne. Vorerst einmal vielen Dank für die Einladung heute. Das ist eine tolle Idee, muss ich wirklich sagen. Und dieser große Aufwand, den ihr hier betrieben habt, ist ja mal sehr fein. Auf das wünsche ich euch mal einen herrlichen Prost. Also ein kleines Schlückchen aus der Steiermark. Wir sind ja ein kleiner Betrieb. Ja, ich habe es uns schon vor vielen Jahren entdeckt. Wir haben uns vor gut über 20 Jahren der Qualität verschrieben und haben auch schon sehr gute Erfolge quasi mit Sohnien gemacht. Unser Sohnienplan ist vor allem für uns sehr, sehr wichtig. Ganz kurz diesen Betrieb erklärt. Wir haben hier schon zwei wirklich großartige Erfolge erzielt. Wir sind mit gut 15 Hektar eigentlich noch eine mittlere Betriebsgröße. Wir vermarkten aber hauptsächlich alles in hoher Qualität. Da unterscheiden wir zwischen Klassik, Kranachberg und Hochberg. Jetzt haben wir einen 2015er Chardonnay Kranachberg. Der ist für mich persönlich jetzt, es kommt langsam zum Höhepunkt. Sehr hervorragend, passt zum Kammen, wäre hervorragend dazu. Perfekt erklärt, Gottfried muss ich auch sagen. Wunderbar, da kriegt man richtig Guster. Am Gaumen und in der Nase ist der Chardonnay zu diesem Käse gut passend. Und ich sage, vor allem die Nase ist, vor allem der Chardonnay 2015, zeigt jetzt schon alle Facetten, die er so mit sich bringt. Von leicht topischen Früchten, sehr elegante Struktur in der Nase schon, ein bisschen leichte vielleicht Zitrus, aber geht eher ein bisschen in die Richtung, so nussige Ansätze hin. Der Gaumen für den typischen Kranachberg-Chardonnay eben mit ein bisschen Anzug hinten drinnen, mit ein bisschen Abspannung, die vor allem sehr viel Spaß macht, so wie vorhin der Chablis. Vielleicht zwar nicht ganz so von der Säule betont, sondern ein bisschen eingebundener, ein bisschen runder, ein bisschen weicher. Aber letztendlich ist der Kranachberg mit seinen herrlichen sandigen Böden, zeigt auch hier ein sehr schönes Spektrum, der vor allem für mindestens 10 Jahre Reife verspricht. Ich würde sagen, fürs Erste. Danke. Dankeschön. Danke, ja. Darf ich nur ganz kurz sagen, ich habe es jetzt wieder probiert, probiert es erst einmal aus nach den Bären sozusagen als Vorbereitung für den Gaumen für die nächste Tour mit den Erdrüffeln. Also ich finde, das ist so eine geniale Geschichte mit den Erdrüffeln. Man putzt sich den Gaumen, ohne dass man die Geschmäcker verliert, ohne dass man etwas mit Salz vom Brot und so weiter, immer einmal zu probieren. Super. Nächste. Ja, für mich war jetzt da einfach so die Cremigkeit, sage ich jetzt echt, die Cremigkeit des Käses und auch die Cremigkeit des Weines, also es war sehr, sehr harmonisch. Sehr harmonisch, so am Gaumen, echt so, wirklich so mit diesem, wo du schluckst, dieses Verschmelzen ineinander, also das war doch eins auch für mich persönlich, sage ich jetzt. So, das ist ja keine Spaßvorstellung, das ist ja eine laufende Vorstellung, wir müssen weiter. So, wir haben jetzt sozusagen die Frischkäse im Sinne von französischen Frischkäsen gemacht, eins und zwei. Zwei und drei waren die klassische Weißschimmelreife, also diese sehr dominante, geschmacksgebende Reife von Weißschimmel. Nur zur Information, der weiße Schimmel wird nicht aufgesprüht, das ist nur industriell, ja. Der weiße Schimmel wird bei der Käserreparation, bei der Zubereitung schon beigegeben, ja, und blüht dann an der Oberfläche auf, ja. Und man spricht dann vom Weißschimmelrasen dauernd und das Ganze, wenn die Leipen, also die Leipen werden in Formen gegeben, die Molke kann abfließen, dann werden die Arme gestürzt, dass sich das vernichtet, dann werden alle Käse in eine Salzlake geben, damit die Oberfläche sozusagen entwässert wird. Und dann kommen sie in Schränke, also da kann man auf 14 bis 16 Grad und 8 bis 10 Tage, dann blüht dieser Schimmelrasen auf. Also das ist die Geschichte, der kam und der jetzt, von seiner Produktionstag her, ungefähr 1,5 Monat, 2 Monate, ja. Wir eifeln alle Käse bei uns im Haus, wir haben eigene Eifelschränke gebaut, das heißt, wenn ihr sonst einmal Käse braucht, wir schicken, ihr kädet mal. Das ist schon alles in dieser Geschichte, so wie heute. So, jetzt gehen wir zum nächsten Pärchen, das ist die sogenannten Rotkulturen. Ich habe jetzt eine kleine Bitte an euch, Rotschimmel gibt es nicht. Wer in Zukunft Rotschimmel verwendet, ist sozusagen ausgeschieden für die nächste Verkostung. Wir haben jetzt das erst einmal kein Schimmel, sondern jetzt haben wir Bacillabakterien, das Bakterium, was geliehen ist und reift den Käse durch den Teig. Der Käse wird auf die Käse immer in einer Salzlacke sich befindend aufgebracht. Das heißt, diese Käse werden in periodischen Abständen mit dieser Salzlacke gewaschen und so kommt die Kultur auf den Käse. Das heißt aber auch, dass die Grundmasse vom Käse anders zugereitet wird. Solzung, Laddauer und so weiter, alles so im Detail wollen wir hin. Der nächste ist einer meiner Lieblinge. Der Käse hat Reh-Plejeon. Reh von Bieder, Blejeon von Möckchen auf die Kutu, was ich träge, Bier und so, Grenoble, Waldeser. Also aus den Hochlagen der Alpen durch die Tour de France durchrattert auf den höchsten Gipfeln. Und das ist so passiert. Die Bauern bringen die Kühe auf die Zins, also auf die Weide über den Sommer. Und den Zins zahlen sie an die Grundbesitzer mit der Milch. Und wenn die Vertreter der Grundbesitzer Kummer sind, die sie abgeholt haben, haben die Hirten angespläht, die Kühe nicht ganz ausgemolken. Da sind die abgezogen mit der Milch als Ernte sozusagen, ihr Preis ist gezahlt. Und die Hirten sind dann reingetan Rehble schon nachgemolken. Zum Ende des Milchprozesses ist die Milch wetter als am Anfang, dadurch sind die Käse cremiger. Die Käse werden auf der Alm gemacht. Und ihr müsst euch das vorstellen, das ist hochalpines Gelände. Alle Weiden sind definitiv über 1600 Meter. Das ist die Bestimmung. Und alle diese Senna hinten, wir sind ja schon durchgefahren, sind ja bei diesen schroffen Berghängen dazugebaut. Die Dächer mit Steinen beschwert. Man sieht sie gar nicht so leicht. Und alle haben eine Höhle dahinter, logischerweise, damit sie das reifen können. Und die Käse bleiben oben. Und guck mal, im Herbst ist toll. Und ab Oktober, November gibt es dann die ersten Rehbleschan. Also das ist schon ziemlich das Ende der Saison von Rehbleschan. Rehbleschan ist nur Albenkräuter. Alles über 1600 Meter. Langsamst entstanden. Keine Hochleistungskühe. Die klassische Kuh wäre Obrak. Aber man darf mittlerweile auch andere Kuhsorten dazu verwenden. Vom Essen her, also ich will wieder den ersten Teil ohne Rinde erfüllen und den zweiten Teil mit Rinde. Warum man die Rinde wegschneidet oder nicht? Also mein Käsemeister, Monsieur Antoni aus dem Elsass, sagt, es ist wie bei einer schönen Frau. Um sie in vollen Zügen genießen zu können, sollte man sie zur Gänze entblättern. Das ist jetzt eine Geschmackssache, wie man das genießen will. Also ihr esst den ersten Teil bitte immer ohne Rinde. Der sechste ist also die Mull, wie die innere Masse schmeckt. Und dann in der Kombination hat immer dieses Spiel mit dem Wein hin und her und hin und her. Und einfach, bis es unter den Haaren ist, anfangen zu prickeln, dann hat man so dieses Gefühl von Käse rein. Inge den Wein bitte. Den Wein. Das ist jetzt ein Bujolet von der Domaine Labrouillère, Moulin-Avain, 2015. Wenn wir über Bujolet reden, also das ist jetzt praktisch Nördl von Lyon, gehört zur Bujolund, ja. Und wer einmal dort war, der weiß, das ist ein Gebiet, das ist sehr, sehr spannend. Also die Räppstecken sind ja alle nur 80 Zentimeter hoch. Also man arbeitet da mit der Kopferziehung. Unterhalb, gerade in dem Teil, also im nördlichen Teil, ist mehr Granit. Und da gibt es diese Stane, also wirklich sogar Läts, so Steine, die am Boden liegen. Und wenn man sagen will, wenn man es genau nehmen will, pfeifen da echt die Comanschen. Sprich, es war der Mistral. Man muss wirklich in Deckung gehen. Also das ist wirklich extrem viel Wind in dem Gebiet. Und der Bujolet, so wie immer, ist ja eigentlich so, in den, was war es nicht dahin, in den Großgadeinsgaden waren, war das eher so ein Leichtwein. Und man hat gesagt, okay, man war da schon drauf. Am 19. November kommt der neue Bujolet am Markt. Und da hat man Wettbewerbe gehabt und alles Mögliche. Mittlerweile hat sich dieses Bild sehr, sehr geändert. Und vor allem, es gibt eben diese 10 Grüße. Und einer davon ist eben dieser Moulinaveur. Nennt sich schon die Windmühle. Also es ist viel Wind immer im Spiel. Und die Domain-Klager, so ich sage, gehört sicher, hat seit 2000, seit dem Jahr, und seit dem Jahr 2000 durch, auch Weingärten. Und gehört für mich einfach zu den besten Produzenten, so wie es jetzt nicht dort gibt. Wenn Bujolet, dann ist die Rebsorte immer Gammel. Und so dieses Weingut La Breire gibt es eigentlich schon seit 1850. Aber eben erst im Jahr 2000 haben sie sich da im Bujolet, im Moulinaveur richtig angesiedelt. Und sie bewirtschaften dort in 14 Hektar. Sie produzieren ca. 55.000 Flaschen Wein. Ja, wird in 50 Jahren alte Halbstöcke, sind da mit im Spiel, im Wein worden. Fermentation findet im Betongang statt. Und dann liegt der Wein 18 Monate im Parique. 600 Liter Fässer. Und ich sage mal, also wenn wir jetzt den Wein oder den Zutaten probieren, der hat einfach, für mich ist dieses Bujolet, so wie diese Art jetzt ist, das hat für mich, ist burgundisch, ist aber leicht physisch, also mit einer knackigen Säube ausgestattet, aber wir haben auch wirklich so diese Himmelot und wir haben auch ein bisschen Röstaromen. Er hat aber nicht so wenig Tannin, was der Käse noch aber einfach wirklich wegnimmt. Also es ist für mich, muss ich sagen, ich bin ja immer auf der Suche nach Weingütern, wo für mich alles miteinander einfach stimmig ist und passt. Und das ist eins, das mir in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, wenn ich über die österreichischen Grenzen hinaus wandere. Von der Kombination her, habe ich zuerst, wenn ich jetzt nur den Tag nehme, ist für mich fast der Wein der Sieger, aber danach, also wenn ich es jetzt mit dem Tag nehme, ist das echt eine wunderbare Vermählung. Es ist zuerst so wie ein bisschen ein Streitgespräch, so, wer übernimmt die Führung, aber im Endeffekt dann am Gaumen, wenn man es nachwirken lässt, sind Sie sich wunderbar einig, dass Sie gut zueinander passen. Das ist ein bisschen von der Stimmigkeit her, halt von mir aus gesehen. Ich will jetzt einmal so einfach in die Runde fragen, weil ich habe ja eigentlich da kein Alkohol, ich habe halt einiges geschrieben. Und das ist ja vollkommen wurscht, also wenn jemand etwas wissen will, dann soll er einfach fragen. Aber manchmal ist es so, wo ich sage, wenn eben dieses 3D-Spielen für mich passt, wo ich sage, Zucker, Frucht, Alkohol, Säure, dann gibt es überhaupt keine Diskussion über irgendetwas. Also das ist so ein bisschen mein Ansatz für die Kombinationen. Ich werfe auch wieder alles ein bisschen über Bord, so in, so jetzt, wenn man so mit ihr denken kann, weil ich auch wohl sage, es geht jetzt immer um den Genuss und den Geschmack, um die Kombination, wie passt es, wie harmoniert es? Gut. Es harmoniert sehr fein und ich bin ja ein Bouchelet-Geschädigter aus den 70er und 80er Jahren und habe daher schon sehr lange keinen Bouchelet mehr getrunken. Aber ich habe gehört, dass sie deutlich besser geworden sind und dieser auf das und bei dem trifft das ganz sicher zu. Ganz toll. Danke, Reggie. Dankeschön. So. Jetzt ist so normal, also im Zirkus war jetzt dieser dreiminutige Trommelwirbel, so, weil es kommt ein sehr außergewöhnliches Pärchen auf uns zu. Das eine ist der König aller Weichkäse Frankreichs, Munster, wie wir Münsterkäse sagen. Münster, also Munster, Modestarium heißt Kloster. Kommen tut er aus dem Wallmunster, das ist im südlichen Elsass. Also wir würden es nicht als Taler kennen, es ist eine leichte Senke, ja. Die Kuh ist die Pierre Rouge, die rotfüßige, ja. Nur die Pierre Rouge ist zugelassen für Münsterkäseproduktion. Das ist jetzt das Sohn. Wir waren dort, seine Mama mit 92 Jahren hat mit ihren fünf Milchkühen nur Münster und nur für Antonie gemacht. Ja, der Sohn führt das jetzt weiter, ein bisschen Philipp, ja. Eine sehr spannende Geschichte. Nur einmal der Hintergrund. Zum Käse selber. Bei Münster sagen sogar wir Käsemenschen, dass man von einem etwas intensiven Geruch sprechen darf. Wir können das Wort stinken nicht verwenden. Ja, das heißt, ich würde euch jetzt bitten, das ganze Stück zu nehmen, an die Nase zu führen, tief einzuatmen, und dann hat man so richtige Rotkulturaromen, ja. Das ist sehr, sehr kantig, ja. Sehr eindrucksvoll. Und das Lustige am Münsterkäse ist das, dass wir es dann beim Verkosten nicht mehr haben werden, ja. Ich habe ein Rezept, wenn jemand Münsterkäse verkochen will, man schneidet ihn in der Mitte durch, also flach, ja. Und den kann man frisch gekocht die Erde bescheiden, und schiebt ihn dann für 45 Minuten ins Rohr, und zieht es dann raus, und genießt das Ganze mit sehr viel Kirschschnaps. Bitte braucht man viel Kirschschnaps. Und vor allem, das soll man immer beim Nachbarn sein Rohr machen, weil das eigene Rohr ist dann auch jahrelang außerhalb, gefährlich vom Geruch her. Ja, wenn wir diesen Geruch genossen haben, dann würde ich euch wieder bitten, diese rindenlose Variante zu nehmen. Als erstes mit dem unglaublichen Wein, der dazukommt, und das zweite ist aber dann unbedingt mit der vollen Rinde. Und ich bin dann eigentlich von der Beschreibung her fertig, aber ihr müsst dann auf euch selber hören, wie im Gaumen plötzlich die Würzigkeit von Käse und die Markantheit des Weins verschwinde und ein gemeinsam ganz neuer Geschmack entsteht. Also das ist eine große Geschichte. Das ist die Mariage, die Formage über die Hochzeit von Käse und Käse. Viel Spaß. Also das ist eine super Kombination. Ich habe es jetzt schon zweimal. Also die ergänzen sich großartig, diese beiden. Das ist jetzt ein Gewürztraminer, nicht? Aus dem Jahre 2000. Ja. Habe ich das richtig gelesen? Genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Manfred Themen... Ja, da sehen Sie. Hallo. Ja, herrlich. Also Themen sind live dabei. Freut mich sehr, dass ihr einen Zeitnimmt mit dabei zu sein. Und ich würde euch auch bitten, dass ihr ein bisschen über euer Weingut erzählt und vor allem über diesen Wein, über diese Rarité. Das sind 21 Jahre. Das ist ein Wahnsinn. Und ich bin immer so stolz, wenn ich so eine Schätze in meinem Keller finde. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss unbedingt schauen, dass wir die Themen jetzt mit dabei haben heute. Schön, dass ihr da seid. Bitte. Also, hört man uns? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Also dann sagen wir mal ganz, ganz liebe Grüße aus der Südsteiermark, von der Lage Zierig. Wir sind Heidi und Manfred Demend. Wir sind die Seniors mittlerweile. Unseren Betrieb führen ja der Armin und der Stefan. Wir helfen natürlich mit, aber wir machen mittlerweile auch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel die Winzereien, also unsere Zimmer, unsere Chalets. Vor allem meine Frau, die Heidi. Vor allem möchte ich euch einmal recht herzlich danken, Ingrid und Gottfried. Ich glaube, das stimmt fast aufs Jahr genau. 2000 dürfte es gewesen sein, wie wir bei euch die Aragon-Präsentation gemacht haben. Genau. Damals hat der Diba noch gelebt und mittlerweile gibt es ja auch die Illa nicht mehr. Die Illa Semesh, also mit dem Aragon-Projekt. Und es ist an der Zeit, dass wir euch wieder einmal besuchen. Ja. Was für uns wunderschön ist. Wir machen das zum ersten Mal. Und es ist unglaublich, was man von euch lernen kann. Also wie toll ihr das macht. Also wir genießen das sehr. Aber jetzt vielleicht ein paar Worte zum Weingut. Ich habe vor 45 Jahren begonnen. Ganz klar mit 2,5 Hektar. Wir bewirtschaften mittlerweile 85 Hektar in der Südstermark und 25 in benachbarten Slowenien. Wir haben mittlerweile den gesamten Betrieb auf biologischen Anbau umgestellt. Auch auf der slowenischen Seite. Wir sind natürlich nicht für den Gewürztraminer bekannt, sondern erst alleine für die Sauvignons. Vor allem von Zirek, Grasensberg, Serna und so weiter. Aber auch für unsere Chardonnays, die bei uns Mordland heißen. Aber die Lage Village, Village Berg, wo diese Gewürztraminer herkommt, war immer prädestiniert für Traminer. Da hat damals mein Vater schon, wie er noch Verwalter war, einen Wein auf dieser Lage gemacht. Und ich habe die Lage erst vor kurzem erwerben können. Also die war bis vor, etwa vor 30 Jahren sind diese Reben dort gepflanzt worden. Und das war eigentlich ein Bachweingarten. Und im letzten Jahr haben wir das für unseren Weingut erwerben können. Vielleicht ganz kurz zu der Lage Village. Village, Grasensberg und die sehr bekannte Lage Zirek haben den ganz gleichen Boden. Und die Lagen kommen eigentlich auf einem Plateau zusammen. Die Lage Zirek kommt vom Süden, Südwesten. Die Lage Grasensberg kommt vom Osten, Südosten. Und die Lage Village vom Westen, beziehungsweise Südwesten. Letztendlich auf einem Plateau zusammen. Und haben eigentlich den gleichen Boden. Und Muschelkalk ist ja wirklich besonders geeignet für sehr strukturierte Weine. Und vor allem hat man auf den Muschelkalkböden auch eine sehr, sehr hohe Haltbarkeit. Und ich glaube, das merkt man bei dem Wein. Der Wein ist nach wie vor frisch. Ist natürlich ein sehr, sehr kräftiger Wein für unsere Behördnisse. 2000 war ja ein sehr, sehr warmer Jahrgang. Aber trotzdem ist da, glaube ich, immer noch die Frische drin. Und vor allem eine sehr schöne Würzigkeit. Der Wein ist im Holzfass ausgebaut. Etwa ein Jahr. Und dann nach einer weiteren halbjährigen Hefelagerung ist er dann im Tank auf die Flasche gezogen worden. Ich glaube, die Kombination ist auch ganz, ganz toll. Also wir lieben ja auch diesen, ich glaube, er heißt Rotschmierkäse. Also mit diesem... Und ich glaube, dass der Wein auch für mich eine sehr tolle Ergänzung ist zum Käse und ein tolles Erlebnis. Ich bedanke mich, dass ich da dabei bin. Aber wir bedanken uns, dass wir da dabei sein können. Und ich kann euch nur gratulieren, wie toll, dass ihr das macht. Vielen Dank. Danke vielmals. Dankeschön. Ich habe irgendwie gesagt, bei der Kombination ist jeder der Superstar. Sowohl der Wein als auch der Käse. Und schlussendlich sage ich immer so, wenn man das Wirken lässt, so hinten am Gaumen, einfach sich die Zeit nimmt, noch einmal nachwirken zu lassen, dann vereinen sie sich wunderbar. Aber Kompliment für diesen Wein, also das ist alle 20 Jahre und der hat einfach alles, alles, was man sich nur vorstellen kann, von einem extrem guten Wein. Ich habe auch so einen spannenden Sorgen bekommen. Ich bin, ich war so überwältigt wie ihm das erste Mal, das war ein großer Tag und ich hoffe, es ist für euch auch ein besonderes Erlebnis. Das ist Österreich, das ist österreichischer Wein. Chapeau und die Familie Demenz. Also wirklich großartig. Groß, groß, großartig. Zum Wohlsein. Zum Wohlsein. Jetzt haben wir uns einen Magenkopfloschen. Also ich weiß, so viele Flaschen Wein habe ich noch nie an den Obd ausgetrunken wie heute. Das ist richtig, ne? Ich weiß nicht, dass der Gottfried Lambert ist. Ich würde mich jetzt zu Wort bitten für den ersten Wein noch, für dein Weingut, für den Vormind und warum Vormind. Das ist ja unüblich, Steiermark. Ja, hallo. Hallo an alle Teilnehmer. Freut mich sehr, dass ich da mit dabei sein kann. Also, mein Name ist Gottfried Lambert und ich bin der Winzer vom Herrenhof Lambert im Vulkanland im Südosten der Steiermark. Genauer gesagt, im Markt hat man es da. Ich habe, also der Manfred Demenz hat vorgesagt, er hat vor 46 Jahren begonnen. Ich habe vor 15 Jahren meinen ersten Reben ausgepflanzt wieder am Herrenhof. Also, da ist schon eine gewisse Zeitspanne drinnen. Also, ich habe alles wieder neu ausgepflanzt auf einer alten Rede, die früher dem Stift vorgehört hat. Deshalb heißt der Hof auch Herrenhof. Die Chorherren haben den Herrenhof den Namen gegeben. Daher kommt das, ja? Und ich wollte einfach, oder ich habe mir vor 15 Jahren in den Kopf gesetzt, ich möchte da wieder ein Weingut draus machen. Und seit heuer ist es ein einrassiges Weingut wieder geworden. Und auf das bin ich sehr stolz. Wieso vom Vormind zur Rebsorte? Ich bin ja im Südosten und der Südosten ist mehr offen nach Ungarn. Also, die panonische Tiefgrüne spielt ja mit ein. Also, ein gewisses wärmeres Klimagebiet. Und aus dem Grund habe ich wieder Vormind in der Steiermark ausgepflanzt, weil es ja eine sehr hochwertige Rebsorte des südosteuropäischen Raumes ist. Und das wird auch die Heidi Schröck bestätigen können. Und also mein Vormind stand, meinen ersten Vormind habe ich 2010 gepflanzt. Also, die Rebstöcke sind mittlerweile elf Jahre alt. Das ist nun noch nicht wirklich alt. Aber ich bin der Einzige in der Steiermark, der sich mit dieser Rebsorte beschäftigt, zum Beispiel. Also, ein sehr feiner, sehr eleganter Vertreter der Rebsorte. Nie üppig, nie wuchtig, sondern einfach immer im Prinzip fein und elegant. Super, danke. Wie schmeckt der euch? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Warum meinst du, warum der in der Verkostung dabei ist? Genau, mein Gottfried-Kompliment. Also, wie auch... Du, der Gottfried. Ja, der Gottfried Landrecht. Also, mein Gottfried mache ich auch Komplimente, aber die machen wir sehr, sehr gerne. Also, es war uns bewusst, und jetzt ist wirklich so diese Auswahl der Weine, wo man sagt, was nimmt man mit auf die Reise? Wovon ist man persönlich wirklich total überzeugt? Und, wenn es dir was wert ist, also, für uns ist dein Weingut so, wie wir dort waren, und deine Art, Weine zu vinifizieren, und zu leben, und deinen Weingarten zu betreuen, und zu bearbeiten, hat bei uns einfach ganz ein beeindruckendes... Wir sagen, es ist notwendigend für uns, das ist, wo man gesagt hat, wenn wir was machen, also, du bist immer mit dabei. Ja, danke. Grundsätzlich, wie arbeite ich, einfach sehr reduziert, biologisch im Weingarten, seitdem ich begonnen habe, also seit 2006 mache ich das Bio, auch zertifiziert, und habe jedes Jahr, kann man sagen, bis heute, fast einen Hektar dazugesetzt. Also, alles neu ausgepflanzt, jeden Rebstock fast selbst in die Erde gepflanzt, und alles neu aufgezogen. Es braucht halt dann auch immer einige Jahre, bis dann dementsprechend Erträge kommen, und auch alles im Holzfass, 100% Holzfass ausbaut. Also, spontane Gärung und Abfüllung nach ein oder zwei Jahren, und das ist, also ohne irgendwelche kellertechnischen Bereiten, das ist nicht mein Ding mehr. Danke, Boswell. Super. Gerne. Schön, dass du mit dabei bist. Ich darf jetzt an die Heidi gehen, weil jetzt ist der Heidi am Mikrofon auch reingeschalten. Meine Damen und Herren aus Rust, und liebe Freundin, große Meisterin. Vielen, vielen Dank für die Einladung, und ich habe ja ein bisschen was im Chat geschrieben über den Wein. Der Furment ist ja in Rust wirklich eine Traditionssorte. Offensichtlich ist er nach Ungarn gekommen im 11. Jahrhundert, und zwar in der Aussteuer einer Prinzessin Farmentini aus dem Friaul. Und die gibt es ja heute noch dort. Und die hat einen Grafen Batjani geheiratet, aus dem Südburgenland, und hat dann neben Leinen und Silber auch diese Reben mitgebracht. Und aus dem Namen Farmentini ist dann scheinbar der Furment geworden. Er hat sie dann verbreitet, hauptsächlich in Tokay, in Schomlo, das ist ein vulkanischer Hügel, und eben bei uns in Rust. Und Rust war dann nach 1921 eigentlich für eine sehr lange Zeit die einzige Quelle für Furment in Österreich. Und jetzt gibt es aber eben der Gottfried in der Steiermark. Es wird auch im Südburgenland, am Eisenberg, wieder Furment ausgepflanzt. Die Judith Beck hat dann ausgepflanzt, der John Nittenhaus. Also es gibt immer mehr, weil einfach diese Suche nach Autochtonen-Sorten, nach Sorten, die es nur in einem Gebiet gibt, sehr groß ist. Früher wurde er der Riesling des Ostens genannt. Ich habe es schon geschrieben im Chat, aber ich möchte es nochmal wiederholen, weil ich finde, dass bei diesem 2006er diese Ähnlichkeit mit dem Riesling eigentlich auch wieder da ist. Also dieses fast leicht Petrol-artige, das auch der Riesling hat. Und gleich, wenn der Furment fertig ist mit der Gärung, stellen wir das auch immer wieder fest. Also das Jungwein erinnert den Furment auch ein bisschen an den Riesling. Und für mich natürlich, als Furment-Produzentin gehört der Furment gemeinsam mit dem Riesling, mit dem Sauvignon, wirklich zu den großen Weißweinsorten Europas. Zu den großen klassischen Weißweinsorten Europas. Nicht umsonst habe ich mir heute als Hintergrund gewählt, Rust im November. Also ihr seht sicher da die Weingärten, wo so der Nebel ein bisschen drüber liegt. Weil der Furment ist, glaube ich, meiner Meinung nach kein Schönwetterfreund. Also der Furment möchte die Jahreszeiten spüren. Der möchte nicht nur Sonne haben, sondern der will auch Nebel haben und Regen haben und einfach nicht so ein gutes Wetter. Die Theorie, warum ich das sage, ich war 1982, wirklich in Urzeiten, auf einem halbjährigen Praktikum in Südafrika, in Stellenbosch. Und die Winzer damals haben gesucht nach einer Weißweinsorte, die spätreif ist und einiges an Säure hat. Und die ungarischen Weinbauleute unten, die haben gesagt, wir haben sowas. Und dann haben sie, da war ja noch Apartheid, über dunkle Kanäle, sind sie irgendwie zu Furment reden gekommen, haben die ausgepflanzt. Und viel ausgepflanzt. Und später hat man eigentlich ganz selten, also über ein einziges Mal einen etikettierten Furment wirklich gesehen. Und das ist meine Theorie, meine persönliche, dass es einfach zu warm ist. Also der Furment will einfach dieses mitteleuropäische Klima haben, wo halt nicht alles nur so sonnig ist, die ganze Zeit. Ja. Und persönlich waren wir jetzt der 2006 erhaltet worden. Ja, unglaublich gut. Wir haben zufällig, also wir haben ihn jahrelang nicht verkostet. Und zufällig neulich war jemand da, da haben wir eine Flasche aufgemacht. Und da hat er uns schon sehr gut gefallen. Und wie du dann angerufen hast und gesagt hast, dass der heute dabei ist, habe ich mir gedacht, das ist echt eine großartige Sache. Er hat eben diesen kleinen Restzucker dabei. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, 5, 6 Gramm circa. Aber ich glaube, dass dieser Restzucker ihm einfach dieses Rückgrat verleiht für diese Jugendlichkeit, die er jetzt präsentiert. Danke. Und hat zu der Asche, also wahnsinnig gut passt. Und er wird ja immer wieder ganz gern verglichen mit dem Chenin Blanc. Und dadurch, dass der ja an der Loire wächst und der Käse auch von der Loire war, ja, wiederholt sich das wieder. Ja, vor allem zum Betrieb, ganz kurz, 10 Hektar. Ich habe ähnlich wie der Manfred in die 80er Jahre angefangen, wo Weinbauer noch nicht so ein ganz schicker Beruf war. Und ich habe mit 4 Hektar gestartet und jetzt haben wir 10 Hektar. Also es ist nicht so viel gebrochen. Wir haben uns ein bisschen in den guten Lagen von Rust, derer es ja einige gibt, ein bisschen verbreitern können, was dazu genommen, ein bisschen was gepachtet. Und haben fast anderthalb Hektar Furment jetzt in der Mittellage. Also wenn man so die Ruster Weingärten sieht, wie ein Amphitheater angeordnet, unten die teuren Plätze quasi für die Süßweide reserviert sind. Und dann in der Mittellage haben wir eben unter anderem Furment stehen und ganz oben eher die Rotweine, weil dort geht immer der Wind und die können gut abtrocknen. Rust hat, seit kurzem sind wir auch ein DRC-Gebiet und sind jetzt ein, also unser Ruster Ausbruch hat das Prädikat DRC dazugekommen. Super. Das ist eine lange Zeit, gut dort. Danke für alles. Ja. Danke. Danke. Danke, ihr auch. Danke fürs Dabeisein. So, jetzt gehen wir in die nächste Runde. Wir kommen jetzt zu diesen halbfesten oder harten Käsen. Ich muss jetzt dazu sagen, Frank, es gibt so ein Unterschied im Lied. Ich würde mir alles so in der Welt einfügen. Damals waren es sehr, sehr spezielle Käse, außer Kurt. Also das erste Perchen, also der erste Käse ist Morbier. Morbier ist berühmt, also wenn wir auf unser Dinschatz fuhren, haben wir sogar ein großes Stück. Morbier ist Odub, also das Jura, Jura. Die Kuh ist Mopayat. Das ist übrigens die kleine Kuhrasse wie beim nächsten Käse. Und der Käse in der Mitte an dunklen Strich. Und das ist so passiert, der Käse hat die Ongelmisch entramt, hat das Lab beigefügt, hat den Bruch geschnitten und hat die Leibe abgefügt. Und der letzte Leib ist nicht wohl geworden und damit nichts passiert, hat er als Schutz vor Angeziefer über Nacht, hat er Asche draufgegeben. Und zwar Asche von Pinien, damit man das genau was hören holt. Und der davor hat er den Morgel dichtgelegt, den Bruch geschnitten und den Leib fertig gemacht, verpresst und dann gereift in die Brotkultur. Und siehe da, der Leib ist am besten geworden von allen seinen Käsen. Und seitdem ist Morbier in dieser Art zu produzieren. Was ist das Besondere an Morbier? Morbier hat die außergewöhnlichste Konsistenz im Teig. Das heißt, wenn man in den Morbier hinein beißt, dann hat man so ein Zwischengefühl zwischen röckelig und cremig. Also den Biss vom Morbier vergisst man nie mehr. Nur Morbier hat diese Art von Textur. Man kann nicht unterscheiden, ob das Abend oder Morgen noch ist. Also es ist kein Unterschied im Geschmack. Das ist nicht erschmeckbar. Der Käse ist eine Rotkultur, also ein Leib mit drei Kilo. Und reift sechs bis acht Monate, damit er diese schöne Konsistenz hat. Beim Morbier würde ich euch bitten, die Rinde jetzt wegzuschneiden. Da ist die Rinde einfach so ein bisschen salzig, sie ist bäselig, sie kann Salzkristalle haben. Das würde ein bisschen diesen Genuss, dieser besonderen Textur, dieser Textur sozusagen beeinträchtigen. Das ist ein relativ großes Stück, was ihr habt, aber wir sehen, das macht richtig Spaß. Also noch einmal, wenn man so reinpasst, wenn man die Zähne in den Teig sinken lässt, dieser Widerstand, der da ist. Man meint, es wäre so bäuckelig. Und trotzdem ist es extrem elastisch. Und wenn man immer anfängt zu kauen, haben wir plötzlich so Kühle auf der Zunge, besonders mit Mineralitätsdien. Also der Ramse, der da entsteht, wenn man untig kaut, das ist gigantisch. Morbier. Viel Spaß. Ja, vom Wein her sind wir jetzt im Milag, mit 2016 Château du Retou. Das ist natürlich ein Cuvée, Bordeaux, jawohl. 71% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot und 6% Petit Verdun. Also die Weingärten von diesem Weingut waren eigentlich sehr verwüdert und im Jahre 1950 hat eine gewisse Familie Cobb diese Weingärten erstanden und seit damals gehen sie eigentlich sehr, sehr, ich muss sagen, reduktiv mehr oder weniger vor. Also es sind 30 Hektar, 6000 Rebsteckung ungefähr pro Hektar und das Durchschnittsalter der Reben ist halt jetzt zwischen 30 und 40 Jahren so in etwa. Sie arbeiten biologisch, Weingärten wird wieder mit dem Pferd bearbeitet, also um diese Boden, um dieser Bodenverdichtung vorzubeugen. Und vom Boden her haben wir natürlich so, wie es in Bordeaux ist, Kies und Lehm. Also da haben wir einen Lehmboden mit Kiesauflage und sie haben eigentlich sehr, sehr eine sehr bewusste, ich sage ich, Ertragsbeschränkung. Und dieser Frédéric Cobb, der war vorher der Kärmeister vom Chateau Palmea. Und was das Besondere ist, eben, dass dieses Weingut eigentlich direkt an die Appellation Margot angrenzt. Und auch stilistisch orientiert er sich mehr oder weniger, so wie es wirklich so Margot, also wir haben ja eher diesen Schwarzbeeringstil, Fruchtbouquet, Cassis, Kräuter, also ein größter Rom, mit einem bisschen schwarzen Tee, Kirsche und von den Tanninen her, ist das so, wenn man den Wein freibringt, so jetzt, hat er eher eine kräftige Tanninstruktur, in der Kombination mit dem Käse wird das dann eigentlich total verschwinden, wenn ihr es gemeinsam nehmt. Aber ich bin halt immer auf der Suche, so nach Weingütern, wo ich so, das ist spannend, das ist auch für uns in der Gastronomie, sage ich jetzt, gut leistbar und wovon ich einfach selber überzeugt bin. Also ich bringe immer so, wo ich so, okay, das kennt vielleicht noch niemand so genau, aber mir persönlich schmeckt es extrem gut und ich kann einfach das wunderbar mit Speisen oder eben mit Käse kombinieren. Und ich glaube, wie man darauf kommt es an, also das ist auch für mich so der Zugang, wie wird gearbeitet, wie schaut es dort aus, ja, so suche ich meine Weine aus und ich hoffe, er passt euch auch zu diesem Moivier ganz gut dazu. Ja. Ja. So, es ist ein Abend der Höhepunkte. Der berühmteste, der bestbewerteste, der, weiß ich nicht wie, Hartkäse in Frankreich ist Comté. Comté ist, ich zeige euch einmal nur, sieht man das so, sieht man das gut, gell? Comté sind 40 Kilo, Leve. Comté, Franche Comté, das ist so der Käse, als du bist Bundesland, Burgenländer. Comté ist Montpéillat. Montpéillat ist im Kloster Montpéillat von den Mönchen über Jahrhunderte eine gezüchtete Rasse und ist ganz was Wichtiges in der Käselandschaft. Und zwar haben wir da bei den Höfen, haben wir jetzt eine interessante Geschichte. Comté, also der Hartkäse, kommt nur aus der Sommerfutterperiode. Das heißt, nur wenn es grüne Weiden gibt, aus der Milch wird Comté gemacht, der Hartkäse. Im Herbst, wenn die Milch klarer wird, die Kühe sind auch so gedeckt, dass sie über den Winter trächtig sind und ihre Kölber kriegen, ist weniger Milch, da wird Waschauer im Montal gemacht. Waschauer, das ist dieser Käse in der Spanrötschacht, den man so rausschöpft, der kommt aus der Trockenfutterperiode. Bei Comté ist es ein Hartkäse. Er hat fast die Härte von Parmesan. Das heißt, aus einer Tonne Milch kriegen wir ungefähr 90 Kilo Käse heraus. Damit man das Verhältnis so mal versteht. Und die Kooperation der Bauern von Comté hat vor zwölf Jahren beschlossen, dass sie auf Reinigungsmittel und auf Spülmittel verzichten wollen. Sehr schwierig in der heutigen Zeit. Unser Hygienewahnsinn treibt ja Blüten. Man hat das dann in einem Projekt EU gefördert und unterstützt und kontrolliert gemacht. Das heißt, sie reinigen ausschließlich mit heißem Wasser. Und die Milch wird melkwarm verarbeitet. Das heißt, sie haben teilweise, wenn die Höfe zu weit auseinander waren, kleine Mulchereien gebaut, um also die Milch ohne Kühlung direkt von der Melkung direkt in die Mulcherei zu bringen, um sie sofort zu verkäsen. Nach sechs Monaten Verzicht auf Reinigungsmittel war in den Käsereien das Mikroklima wieder so, dass die Milchsäurekulturen, die ja außen sind, ist ja nicht innermilch, wieder los sind und die Milchsäuren. Wir müssen ja die Milch zum Verkäsen, müssen wir die Milch als Säuren. Das heißt, Milch ist ja von Natur aus sauer mit 5,5 pH, wir müssen aber auf 6,5 kommen. Das kann man nur machen mit Milchsäurekulturen, damit das Lab dort ordentlich wirken kann. Durch das Melkwarm verarbeitet, spart man sich natürlich das runterkühlen und dann wieder das raufwerben. Das ist ein unheimlicher Ersparnis und es wirft natürlich der Milch. Die Winzer wissen, wie schon immer man umgeht mit dem Grundprodukt, desto besser ist das Ergebnis. KOMT ist einer, also das, was wir noch haben, bitte, das ist Juni 19. Produktionsdatum Juni 19, KOMT 40 Kilogramm bleibt jetzt angeschnitten. Das ist so der Inbegriff von Hortkäse. Textür, also wie der Beschaffenheit vom Teig, ist jetzt eher so rökelig, aber unglaublich schnell schmälzt sie. Zwei Mal beißen und schon entsteht der Ramsey. Also ich sage immer, das ist ein Ramsey auf der Zunge. Grandioser Käse mit einer unglaublichen Süße. Je hochwertiger die Milch, desto süßer werden die Käse, wenn sie reifen. KOMT wird nur mit Salzlacke gewaschen. Und zwar beobachten die Käse genau, wenn sie waschen müssen. Das heißt, wenn die Rinde droht trocken zu werden, wird sie wieder mit einem Tuch eingerieben, wieder gedreht, die Leihung zu werden, sie aufbewahrt. Und dann wird auch mit Klopfen festgestellt, wenn die Reife noch ist. Das ist eine Reserve, also aus 2019. Und das kann man richtig schön genießen. Und dazu haben wir, glaube ich, Glück beim Wein. Da haben wir Glück, ja. Beim Wein haben wir Glück. Das ist so, wie ich sage, vorher Bordeaux blend, jetzt einmal Bordeaux blend, Österreich, das Glück. Für mich, wo ich sage, ich bin glücklich, dass ich dieses Mein Gott oder diese Familie kenne. Und von Anfang an eigentlich bei der Entstehung der Weine irgendwo mit dabei war. Und ich darf jetzt den Luigi Folner und die Damen mal recht herzlich begrüßen. Und ich bitte euch, dass ihr ein bisschen was über euer Weingut erzählt und über den Wein. Da haben wir schon, da haben wir einen. Wir sehen dich nicht. Hallo. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Möglichkeit, hier dabei zu sein. Das ist irrsinnig spannend. Ich habe das selber mit dem Wein. Sonst habe ich schon einige Zoom-Konferenzen gehabt. Aber mit Wein habe ich das noch nicht gemacht. Also wir sind, wie soll man sagen, wir haben 2006 in Rust begonnen mit Unterstützung von Kurt Feiler. Haben wir einen Hektar damals, zwei verschiedene Weingärten. Das war Cabernet Franc, ein bisschen Cabernet Sauvignon und Blaufränkisch. und sind heute, obwohl wir schon mehr gehabt haben, wir haben uns wieder auf zweieinhalb Hektar reduziert und versuchen im Wesentlichen mit drei Rebsorten Blaufränkisch, Merlot, Cabernet Sauvignon und ein wenig Cabernet Franc wirklich mit größtem Aufwand, natürlich von Anfang an biologisch. In den letzten Jahren gehe ich auch mit der Rückenspritze, also mit der Bugelspritzen und bringe die Präparate aus, die biodynamischen Präparate und versuche auch hier, mich etwas weiter zu entwickeln. Aber Bio war für uns von Anfang an absolut eine Bank. Da gab es keine Überlegung. Ich habe das auch damals schon beim Kurt im Keller schon umgesetzt mit Spontanverkehrung seit dem ersten Jahrgang. Ja, wir haben, wie ich wir begonnen habe, war ich ja noch in einem klassischen Beruf tätig. Mittlerweile bin ich im Ruhestand. Aber der Ruhestand heißt, dass wir noch mehr in den Weingärten arbeiten. Seit 2014 sind wir kellertechnisch vom Kurt Feiler zum John Nittenhaus gewandert und haben dort eine tolle Familie mit einer großen Freundschaft und ein hervorragendes Klima, das mir jedes Mal Freude bereitet, wenn ich dort bin. Ich war erst vorgestern wieder nachmittags beim John und bei der Anita und auch bei den Söhnen. Und ich bin praktisch auch während der Zeit, wo der Wein reift, immer wieder zu Verkostungen dort. Also es ist eine schöne Symbiose, würde ich jetzt sagen. Und wie wir zum Wein gekommen sind, ist eine ganz lange Geschichte. Ich bin in ganz, ganz jungen Jahren von meinem ersten Schwiegervater infiziert worden und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe immer den Wunsch gehabt, selber auch einmal Wein zu produzieren. Und das ist dann im Jahr 2006 gelungen. Wir wollten schon vorher einmal auswandern, aber das haben wir Gott sei Dank nicht gemacht. Da wären wir sicher gescheitert. Wir wären damals im Morellino-Gebiet gelandet, in der südlichen, in der Provinz Cosetto, in der südlichen. Aber es ist eine wunderschöne Gegend. Aber ich glaube, das hätten wir nicht dabei. Jetzt rückblickend betrachtet sind wir sehr glücklich. Und wir haben sehr alte, natürlich, ich habe aufgrund meines Alters nicht mehr begonnen, neu auszupflanzen. Außer, dass ich manchmal jetzt ergänze. Wir haben die meisten, wir haben einen Blaufränke-Schweingarten, haben wir, der ursprünglich in den 50er-Jahren Welschriesling war. Und der im Jahr 2000 mit einem Mariental-Klon umveredelt wurde. Und daher, die Wurzelstöcke sind schon um die 60 Jahre. Und dann haben wir am Ritter, das ist eine ganz tolle, die ältest benannte Lage von Rust, wie mir der Herr Schandl gesagt hat. Ich hätte das selber nicht gewusst. Da haben wir jetzt einen halben Hektar, wenn wir noch einen dazugenommen haben vor ein paar Jahren. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Lage. Und auch alte Stöcke aus den 70er- und 80er-Jahren. So, das wäre es von unserer Seite. Wir sind sehr, sehr, sehr viel im Weingarten unterwegs das ganze Jahr über. Wir bearbeiten die Weinstöcke ausschließlich mit Hand und Schere. Es wird da nichts mit irgendwelchen anderen Traktoren herumgeschnitten. Und wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Und ich habe so den Eindruck, es gelingt. Immer wieder. Danke, lieber Gottfried und liebe Ingrid. Ihr zwei, wir kennen einander seit Jahrzehnten mittlerweile. Ihr habt uns auch 2001 bei der Hochzeit im Schloss Halleck betreut. Und wir waren schon, ich glaube, 50 Mal bei euch in den letzten 30 Jahren. Danke vielmals für die tolle Freundschaft. Danke. Danke dir auch. Ich wünsche, willst du noch etwas über das Glück, über den Rätselnstil sagen? Das Glück? Das Glück? Das Glück entsteht bei uns, indem wir zuerst immer die besten Fässer versuchen zu kubidieren für den Blaufränkisch, dann die besten Fässer für den reinen Merlot. Und dann schauen wir, dass wir eine tolle Liebe kriegen, die überwiegend aus Cabernet Sauvignon und meistens auch den Cabernet Franc dabei, aber das ist nicht immer gleich. Und wenn dann Fässer übrig bleiben, was meistens der Fall ist, dann werden die zusammengeführt. Und das ist dann das Glück. Und das war 2011 ein ganz hervorragendes Glück. Ja. Noch in den nächsten Jahren. Also zwölf haben wir kein Glück. Da haben wir keine Restfässer gehabt. Aber sonst haben wir fast immer Restfässer und das nennen wir dann das Glück. Und wir sind immer sehr, sehr froh mit dem Glück. Und auch unsere Kunden, die wollen einfach mehr Glück. Jetzt müssen wir schon langsam überlegen, ob wir unsere Strategie ändern. Weil wir können, glaube ich, doppelt so viel Glück verkaufen. Danke, bitte. Danke, da haben wir. Also wir haben jetzt in der Formulation zuerst gedacht, der Käse schnappt sich den Wein. Aber dann, wenn man das länger am Gaumen lässt, auf der Zunge lässt, dann wird das total harmonisch. Also es ist echt so, als ob es ein paar ist, beides für sich sind echte Kraftlacke, auf gut Deutsch gesagt. Ja, aber jeder steht für sich so separat. Das ist so wie in einer Ehe, wo man sagt, ah, man tauscht sich einmal aus. Einmal ist der stärker, einmal ist der stärker. Aber im Endeffekt dann, wenn es darauf ankommt und am Gaumen war das da für mich so, ein absolutes, tolles Erlebnis. Schöne Kombination, super. Ja, wir gehen weiter. Ja, die Könige der Käse und die größte Herausforderung für die Käse sind die Blauschimmelkäse. Der Blauschimmel ist ein reinsortig gezüchteter Schimmel. Ja, das ist nichts Zufälliges, was entsteht, sondern das ist ganz bewusst. Die wichtigste Sorte, Blauschimmel ist der Schimmel von Roquefort, geschaffen durch Blauschimmelkäse. Nur zur Erwähnung, 1411 wurde niedergeschrieben, wie die Qualität von Roquefort zu erhalten ist. Ja, wir haben heute keinen Roquefort, das werde ich dann erklären. Wir haben jetzt sozusagen als Einstieg ins Finale, haben wir gesagt, wir möchten gerne einen Kugel-Blauschimmel haben. Und für Kugel-Blauschimmel gibt es ein paar Möglichkeiten. Blöder Werden, also das ist so die allgemeine Blauschimmel-Variante. Und dann gibt es, wenn man viel, viel Glück und gute Freunde hat, gibt es ein blödes Sassonage. Die Sassonage ist ein kleines Quertal in der Auveren. Die Auveren ist Nord-Süd, die Sassonage ist ein Quertal, oft Kilometer lang. Und die Leute in der Sassonage sind der Meinung, dass ihr Mikroklima das Beste wäre, um Blauschimmel zu reifen. Und wahrscheinlich haben sie recht. Das, was wir jetzt da haben, ist wieder so ein dreieinhalb Kilo-Leib. Blauschimmel, Kugel-Blauschimmel. Die Kultur wurde übrigens gleich wie von Roquefort gezüchtet. Das heißt, man hat frisch gebackene Rockenbrot-Leibe durchgeglüht, um ein bakterologisches Leben auszuschließen. Und sie dann in die Höhle, wo diese Käse reifen. Diese Käse reifen immer in Höhlen, weil sie brauchen vielstück, kalt und feucht. Wenn diese Kombination existiert, kann man Blauschimmel-Käse reifen in natürlicher Umgebung. Und diese Rockenbrot-Leibe überziehen sich sukzessive mit dem dort ansässigen Schimmel. Der Schimmel ist in der Höhle. Der wird nicht hineingetragen, sondern der ist in der Höhle existent. Ja, behauptet sich sozusagen auch diese Leibe, die kommen dann heraus, werden schonen, getrocknet und vermahlen. Und dieses Pulver infiziert die nächste Generation von blauen Schimmeln. Die blöde Sassonage besticht durch ihre Cremigkeit. Ich kenne keinen blauen Schimmel, der so eine weiche, elegante Textur hat. Es ist auch relativ wenig blauer Schimmel zu sehen. In Österreich gibt es da ein Produkt aus der pasteurisierten Ecke, wo schon mehr Schimmel wie Käsemasse ist. Aber muss man nicht kaufen. Das ist da besonders nicht. Aber wenn ihr euch das Stück anschaut, und jetzt sind wir so lange schon beinahmt, in der Traumdepartie dürft ihr alle haben, dann müsstet ihr in den Löchern schon so kleine Tränen sehen. Das heißt, der Käse hat der Reife erreicht, wo es sozusagen die ersten Ausfällungen passieren. Und immer wenn Blauschimmel so Tränen in den Schnittlöchern hat, dann ist Blauschimmel auf der perfekten Reifestufe. Blöde Sassonage als Einstieg für unser Finale. Viel Spaß beim Genießen. Okay, genießen. Zuerst einmal den Käse, schlucken, wirken lassen, den Wein dazu. Und da haben wir natürlich schon auch etwas ganz, ganz Besonderes. Es ist eine Trockenbeeren-Auslese vom Sämling 88 aus dem Jahre 2010 von der Familie Franz Heiß aus Ilmütz. Also mein erstes Erlebnis mit dem Franz Heiß war folgendes. Also irgendeiner hat mir gesagt, du, der da unten, vis-à-vis von der Kirche, der hat wirklich einen guten Süßwein, da musst du mal hin. Dann habe ich mich angewildert und dann war ich unten und dann hat er mir eine Batterie von Süßweinen aufgebaut, circa 15 Süßweine an der Zahl und dann ist der Franz Heiß verschwunden. Und dann habe ich mir gedacht, sehr interessant, der lässt mich einfach allein da sitzen und die Weine verkosten und habe dann halt immer die Flaschen, die mir besonders gut geschmeckt haben, ein bisschen herausgehoben. Und nach einer halben Stunde ungefähr ist er wiedergekommen. Und dann hat er gesagt zu mir, und, haben Sie einer geschmeckt? Dann habe ich gesagt, ja, das haben wir sogar ganz, ganz viele geschmeckt. Und das wird jetzt auch circa 20 Jahre her sein. Und dieser Franz Heiß, der hat aber irgendwie nie das Bestreben gehabt, irgendwie bekannt zu werden, Marketing zu machen, weil der hat eine kleine Frühstückspension und der hat eigentlich seine Süßweine immer so den Gästen mitverkauft. Und ich habe dann irgendwann einmal gesagt, weißt du was, du solltest echt einmal so an Verkostungen teilnehmen, weil ich finde deine Weine einfach sehr, sehr cool und wirklich sehr, sehr geschmacklich spannend. Das ist nicht bei jedem Süßwein so, weil jeder Süßwein ist süß, aber dass der Spannungsbogen passt, das ist eine andere Geschichte. Und der Franz Heiß hat dann wirklich einmal eingereicht und ist dann mit seinem Semlin, ich glaube es war 2008 oder 2009, mit der DBA dann ein bester Süßweinwinzer des Jahres 2011 in Österreich geworden. Aber er hat gesagt, naja, ich brauche das alles nicht so, ich verkaufe alles. Das hat das auch heute noch nicht dabei, weil er mag eigentlich diese öffentlichen Auftritte nicht so sehr. Er hat dann 2013, weil es ist ja mittlerweile schon über 70 Jahre oder 75 Jahre, sein Weingut verpachtet und ein Anger am Hof Schieder und die betreiben jetzt seine Weingärten. Ich habe immer irgendwie gehofft, dass er mich adoptieren wird, aber leider hat er das nicht gemacht. Aber auf jeden Fall war jede Fahrt mit ihm durch seine Weingärten ein spannendes Erlebnis, ohne dass er seine Kollegen irgendwie verteufelt hat. Aber es war sehr spannend zu sehen und natürlich auch so, was, das sind meine Weingärten und das sind die von den anderen. Und ich muss echt sagen, also für mich ist er sicher wirklich einer der drei besten Süßweinwinzer Österreichs und was wir da heute im Plan haben, dass ich seine Bockenbären auslese vom Semling, 88, 2010. Das ist der Landessinger vom Burgenland gewesen. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt das in der Kombination mit dem Käse probiert habe, dann zuerst denkt man sich, aha, wird das nicht ein bisschen zu süß sein? Nein, es ist Blauschimmel des Käse im Käse. Es ist die Portritis, also der Edelschimmel im Wein. Und im Endeffekt, sage ich, beppen sich die zwei wirklich miteinander total auf. Es ist für mich ein ganz spannendes Erlebnis, wobei eben dieses Säure, und das ist eben das Geheimnis dieses Französse, wenn man so, dass der einfach immer für mich diesen Säurebogen, dass das immer da ist, dass die Weine immer lebendig sind, nicht langweilig sind, dass ich das so aufrechterhalten habe. Also für mich persönlich passt das sehr, sehr gut, aber entscheidend ist das ja. Gut. So, jetzt muss ich euch ein Geheimnis verraten. Alles bisher war Obertüre. Ja, das ist so der erste Teil, wenn man in eine Oper geht. Ja, jetzt kommt die Oper an. Ich warne euch. Das, was jetzt kommt, wird natürlich ihre Geschmacksnerven überbeanspruchen. Das wird bei den einen oder anderen sogar passieren, dass die Schädelwege sich um vom Kopf nehmen. Es ist ein außergewöhnliches Experiment. Es ist extrem gefährlich, weil man kann bei einer extremen Opernisszenierung natürlich extrem durchfolgen. Wir haben uns lange überlegt, ob wir das uns so trauen, wie das, was jetzt auf euch zukommt. Und zwar ist es Folgendes. Ich habe euch schon früher gesagt, das Größte an Blauschimmel auf der Welt ist der Blaue aus Rockfohr, blöde Rockfohr. Rockfohr ist ein Schott mit Blauschimmelkäse, das will ich noch werden, der nur in einem einzigen Höhlen-System, das Höhlen-System von Combalo reift. Und die Schoffrase ist Lacan. Also alles ist fertig ausdefiniert. Und wenn jemand Rockfohr... ... oder Rohmilch-Rockfohr, nicht über industrielle Rockfohr. Wenn man die Chance hat, dass man gut gereift Rockfohr kriegt, dann hat man schon einmal so das Erlebnis von Geschmacksfülle, Nachhaltigkeit, Anhaltend, Herausforderung, alles. Und vor über 10 Jahren haben wir mit dem Seppi Nuhr, das ist unsere Familie Nuhr, das sind unsere Schoffkäse-Produzenten aus Kärnten, die bei der nächsten Geschichte dabei sind, weil jetzt gibt es noch nichts. Die haben die Winterpause. Wenn man dann einmal geredet hat, jetzt macht es schon so gute Schoffkäse, eigentlich müssen jetzt die grönen Schoffen mit Blauschimmel kommen. Das ist ja kerriose, wir sind mitten im Überlegen und wir sind mitten im Planen und so weiter und so fort. Und ich war gemeinsam mit Freit, haben sie eine original Rockfohr-Kultur gekriegt, ja, also das ist die gleiche Kultur wie die Käse für Rockfohr, also dieses berühmte Mehl, was ich früher gesagt habe, und die Familie Nuhr, die Margit und der Seppi, jetzt die Tochter schon, federführend, haben angefangen zu schaffen, durch Blauschimmel Käse mitten in Kärnten zu produzieren. Und wir kaufen jetzt alle Jahre zwei bis drei Laibe und in unseren Reifeschränken haben wir immer eine Ecke, wo wir nie hingreifen, ja, und einer von dieser Käse, die dort hinkommen, ist das, was wir jetzt haben. Schaffen wir Blauschimmel Käse aus Kärnten nach der Methode von Rockfohr und eineinhalb Jahre gereift. 18 Monate alt, ja. Ich wollte euch dann ein Bild schicken, wie das ausschaut, wenn man sowas auspockt. Das heißt, wir haben ihn vorher noch nie angegriffen. Wir haben ihn jetzt erst ausgepockt. Blauschimmel Käse sind immer doppelt in Zinnfolie eingebockt, damit sie atmen können. Wir können den Test sozusagen immer über Druckprobe schauen, ob er noch Zukunft hat. Also das ist jetzt das außergewöhnlichste Stück, aber ich habe euch vorgemerkt, es ist Feuerwerk am Gaumen, es ist mehr wie Zunder. jetzt haben wir richtig viel Spaß beim Genießen. Mehr an Geschmack können wir euch nicht servieren. Wovon wir schon kommen. Ja, das ist natürlich... Ja, das ist natürlich... Ich habe einen Daumenbruch. Gut, Fried. Ja, also das ist schon ganz eine eigene Geschichte, ein halbes Jahr. Kärntner Käse gereift. Und der Banjüls, der kombiniert ganz gut, der macht das erträglich. Ja, also den Wein, den wir dazu uns ausgesucht haben, ist ein Banjül, vielleicht so ein bisschen zum Banjül, also es ist eine kleine Ortschaft in Langloch-Roséon, also schon Richtung Pirineen hin. Und es dürfen eigentlich nur vier Gemeinden so dieses Wort Banjül verwenden. Ja, das ist ein Fortified Wein, das kann man mir sagen, als Sommeliers. Also ein aufgestrittener Wein. Und dieser Schirra Patron, von dem dieser Wein stammt. Also der war eigentlich vom Beruf her Rugby-Spieler und wollte eigentlich das Weingut daheim schon gar nicht übernehmen, bis er draufgekommen ist, was er da eigentlich wertvolles hat und was er versammt, wenn er das nicht tun würde. Jetzt ist er daheim und macht einfach wundervare Weine. Wir haben da die Rebswarte und Grenache, also 80% Grenache Nord, 20% Grenache Blanc. Und das Ganze wird im Holzfass, aber auch ein kleiner Anteil im Umstaltang ausgebaut. Das Besondere ist eben, dass während der Maische, also während der Wein auf der Maische liegt, wird praktisch mit Alkohol aufgespritet und damit die Süße so stehen bleibt. Was mir bei diesen Vanilles oder allgemein bei diesen süßen Weinen, so jetzt aus Südfrankreich kommen, diese Fortified, persönlich besser gefällt als wie bei Borts und so weiter, ist, dass einfach die Säure lebendiger ist, dass sie leichter wirken, dass sie leichtfüßiger wirken. Also das transportiert der für mich echt sehr, sehr gut. und ja, von der, ich würde sagen, also man vom Geschmacksprofil her braucht es so, es ist Kirsche, es ist dunkle Frucht, aber es geht heute wirklich darum, diesem wahnsinnigen Kern der Käse irgendwie gerecht zu werden und sich mit dem so auf alles irgendwo hin zu bewegen. Was ich vergleiche tatsächlich mit Bachler und Bachler, wo man sagt, okay, man geht so 40 Jahre gemeinsam den Weg, also schon 42, 42 Jahre vorigen gemeinsamen Weg und es gibt halt immer wieder dazwischen gibt es so ein bisschen ein paar Halbersteine, aber im Endeffekt war es einfach wunderbar und das ist da auch so, wo man immer sagt, okay, ja, es ist vielleicht einmal im Warmen ist ein bisschen der Wein vorherrschend und einmal ist aber wieder der Käse vorherrschend und das ist so etwas, wo man sagt, das ist gemeinsam. Gemeinsamkeit, in dem Sinn, Santé, Prost und danke, dass wir für euch diese Verkostung machen. Zwei Dinge, zwei gescheite Fragen. Die erste Geschichte, man sagt lieber Blauschimmelkäse mit Süßwein. Wenn jemand noch von der DPA von Sebeli was hat, kann er das jetzt mit dem Käse probieren und drauf kommen, wie schlecht das funktioniert und wie gut der Banjül ausgesucht ist. Dann ist die Frage, woher die Schärfe vom Käse kommt. Das ist nur Ammoniak. Das Endprodukt von Eiweiß ist Ammoniak. Der Käse nähert sich sozusagen seiner Wiedereinbringung in die Erde und wir haben ihn jetzt gerade noch erwischt. Aber ich sage euch gleich, solche Stücke gibt es, also von diesem Käse, von diesem Stück, gibt es nur ein Stück auf dieser Welt und das haben wir. Wir sind die Einzigen, die diesen Käse reifen können. Ja. Dankeschön wieder einmal. Ja. In dem Sinne sind wir super in der Zeit. Also wir sind offen eingeklaust für Fragen, für miteinander ein bisschen plaudern, diskutieren, was immer ihr vorhobst. Es war für uns die erste Zoom-Erfahrung Käse und Wein großartig. Also es war auch so einfach so mitverkosten, ein eigenes Erlebnis, hat uns extrem viel Spaß gemacht und großartig, dass ihr alle mit dabei seid. Liebe Frau Präsidentin, willst du was sagen? Ich stehe. Ja, super großes Kompliment. Also jede einzelne Kombination hat mich begeistert, hat mir super gefallen und es war wirklich so, wie man querverkostet hat. Ich habe sie super auf den Punkt gebracht und es ist ja mit Käse zu arbeiten, ist eine Tagesverfassung, je nachdem, wie der Käse ist, entwickelt sie ja immer weiter, aber ich habe es da sehr vorausschauend gearbeitet, und die Weine auch sehr, sehr spannend. Viele Käse habe ich gar nicht gekannt, weil ich nicht so tief drin bin in der Käsegeschichte, also alles ein super schöner Genuss und toll, toll gemacht und war, hat mir richtig getaugt, dass ich dabei war und wie gesagt, mir hat alles, mir hat alles begeistert und natürlich jetzt zum Schluss das blaue Schaß und natürlich soll, weil ich es ungewöhnlich finde, von der Textur her, dieses bröselig kristalline, das man ja bei einem blauen Schimmel eher weniger findet, weil das ist ja sonst immer cremiger und dings, aber ich finde das ganz passend, ganz super. Großes, großes Kompliment und nebenbei auch herzliche Gratulation zu 30 jungen Jahren. Dankeschön. den Ball nehme ich gerne auf, liebe Anne-Marie, schön, dass wir es gesehen haben, momentan geht es ja wirklich nur online. Liebe Ingrid, lieber Gottfried, es war wie immer ein Hochgenuss, wie ich das Packel bekommen habe und das geöffnet habe, da habe ich gewusst, wow, das ist ja wieder sensationell, allein liebevoll eingepackt, wie das war, einfach super, toll vorbereitet, man kennt es ja, ihr seid unsere Leuchttürme in der Kärntner Gastronomie, das wollen wir nicht zu sehr ausschreiben, das wissen wir eh. Ich möchte die Teilnehmer bitten, Sie können jetzt alle ihre Mikrofone auf den Button stumm schalten, also Sie haben das links unten, diese Stumm Schaltung aufheben und wir freuen uns, wenn Sie mit uns ein bisschen mitdiskutieren, also links unten in der Leiste haben Sie praktisch das Mikrofon und dann nehmen Sie die Stumm Schaltung weg, das müssen alle können. Wir hören euch. Wir sind auch ganz bereit für euch. Wenn ich noch was sagen darf, ich habe Sie es ja schon angesprochen, also ich finde das gerade in der Gastronomie, es ist gerade so ein Punkt gerade mit den Jahrgängen und wir haben da die tolle Reife gesehen und wir wünschen uns, dass wir nach der Corona-Krise nach wie vor in der Gastronomie in der Lage sein werden, Weine zu reifen, dass wir es wirklich so am Punkt präsentieren können. Gerade in der Kombination mit Käse, wenn man sich sicher ist, also die Verjüngung der Jahrgänge und des Käses, da haben wir als Sommeliers echt Möglichkeiten mit gereiften Jahrgängen so zu arbeiten, dass man sich wirklich darin verlebt. Das ist echt, also ich finde das halt echt, weil gerade diese Reife, die macht so etwas Besonderes, die werte das Geruch noch einmal auf, also beides, sowohl den Wein als wie den Käse. Das ist auch ein so Schöner. Ingrid, wann habt ihr eure nächste Verkostung? Wisst ihr schon? Wir sagen es dir. Okay, wunderbar, machen wir wieder im Team. Und unsere nächste Verkostung des Kärntner Sommerliefereins wird am 30. treten sein. Wir haben die steirische ROAS Volume 1. ROAS ist steuersteirisch und da heißt nichts anderes wie Reise. da geht es ins Vulkanland, Südoststernmarkt. Wir haben vier grandiose Weine mit Alleinstellungsmerkmal für euch ausgesucht. Ihr könnt euch da gerne informieren in unserem Internet unter www.ksuv.at Events oder Event oder wie immer. Schaut es euch an. Super cool. Wir haben auch nicht nur ein Tramena, wir haben nicht nur einen Riesling, einen Riesling, bitte, einen richtig guten, sondern auch eine rote Eruption im Angebot. Schaut es euch an. Zu bestellen ist es direkt bei der gesamtsteirischen Winothek, aber das wird euch alles erklärt. Das seht jetzt im Web. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am 30. sehen. 14. 4. Da haben wir die Birgit Braunstein mit Blaufränkisch Leben und Ende April machen wir eine Rosé-Geschichte mit der Pia Strehm. Wieder ein bisschen was cooles und eine Rosé oder so im Trend seit zwei Jahren und die war auch heute schon da. Jetzt muss man schauen, ob sie denn noch da ist. Ansonsten Winke, winke, liebe Pia, die war heute auch Teilnehmerin, aber ich sehe es jetzt mit einem Bildschirm. So, ich hoffe, es ist... Wir freuen uns über jede Frage, Anfrage. Wir hätten noch einiges zu erzählen. Genau, zehn Minuten, haben wir noch Zeit. Haben wir noch Zeit. Das ist wie in der Kian, keiner will zurück. Das ist unglaublich. Es freut mich, dass die Familie Laura es auch geschafft hat, nach anfänglichen Problemen. Liebe Grüße, Familie Laura war schwierig, aber hat auch doch geklappt. Aber es ist nicht schlimm, wir werden das Ganze auf YouTube stellen, da können Sie jederzeit das gesamte Paket nochmal anschauen. wollen es in Zukunft vermehrt machen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass unsere Weine wesentlich später, vor allem die Lagenweine später in Verkauf kommen werden. Wir sind gerade dabei, ein Lager zu bauen, zumindest in Planung. Wir sind uns einig, dass unsere Weine Zeit brauchen und dass die viel viel unsere Weine können das, nicht nur die steirischen, also viele österreichische Weine können das und die sollen einfach im reiferen Zustand getrunken werden und vor allem zum Essen gereicht werden. Wir bedanken uns, dass wir heute dabei sind und dürfen und wir haben wirklich sehr viel gelernt und wir sind ganz erstaunt, was ihr alles wisst über den Käse und die Eingrid natürlich über den Wein, ganz klar. Vielen Dank. Danke, Thomas. Die Nicole hat angefangen. Ja, ich wollte ganz kurz nur sagen, ja genau, wir haben das Glück, dass wir unweit von der Familie Backler entfernt wohnen, das heißt, wir freuen uns wieder, wenn die Gastronomie sowieso auch endlich aufspät wieder und wenn man dort auch nicht nur Käse, sondern Wein und die andere Kulinarik, wussten können, aber so schlecht wie Corona im Grunde genommen ist, der Vorteil heute muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine ganz tolle Idee, ganz tolle Sache, dass wir das so erleben dürfen und können diesmal, weil ganz, ganz toll, dass man sogar viele, viele Winzer aus Österreich, tolle Winzer von Familie Demand, wie gesagt, da wirklich einmal persönlich kennenlernt oder einmal hört, ganz tolle Sache, muss auch sagen, wir da wirklich rausfahren, sogar in die Chalets, wäre definitiv ein Riesenthema auch für uns, ganz eine spitze Sache und wie gesagt, klasse, die Heidi Schrock auch, dass man eben ein Formint einmal so verkostet, wo man so selber privat vielleicht gar nicht auf die Idee kommen würde, einen österreichischen Formint dort zu trinken, ganz tolle Sache und eine super Idee, Aufbereitung war mega, muss ich sagen, wirklich mega und die Käse natürlich, Rotfri kennt sich natürlich super Weltklasse bei den Sachen aus, ganz tolle Sache, super Idee, muss ich ganz ehrlich sagen, spitze, spitze und kann auch noch sagen, danke und ich hoffe, dass bald wieder so etwas sichern, danke. Ja, da möchte ich mich mal ganz kurz aus Oberkirten, ja, möchte einmal sagen danke für den tollen Abend, wir waren das erste Mal dabei, jetzt am Online, also sonst bei ich haben wir schon öfters Käse genossen und haben sich einen tollen Keller ein bisschen durchprobiert, das ist zwar schon ein bisschen länger her und wir freuen uns wieder, wenn wir uns wieder mal persönlich treffen, aber ich muss sagen, die Idee war ganz toll, und eines muss ich sagen, wirklich herzliche Gratulation, weil das war wirklich eine ganz tolle Führung mit diesem kleinen Happen, also ich warte mir schon auf die nächste Einladung, wenn es wieder soweit ist, weil da sitzt wahrscheinlich mit einer recht großen Runde da, damit das größere Flaschen schicken ist, gell, in diesem Sinne die liebe Grüße aus Oberkirten aus Spital an der Trau, ja. Dankeschön. Dankeschön. Wir grüßen das. Ja, wenn keiner Frage hat, also wir verschicken auch Käse Pakete, falls jemand so das Gefühl hat, der hätte jetzt Lust, ihr kriegt dann auch immer schöne Erklärung dazu, die Käse sind nur nummeriert so wie jetzt, es gibt dann auch immer Kurzerklärend dazu, dass man das so gefahrlos genießen kann, hängen lassen kann. Bei der Weine haben wir dann auch richtig große Flaschen, also nicht nur die kleinen, da gibt es dann auch richtig die größten. Christian, habe ich gesehen. Du bist mir jetzt zuvor gekommen, der mit Erklärung, das war meine Frage gewesen, wir würden gerne großen Flaschen und größeren Käse Stücken bestellen. Super schwierig, Christian, du brauchst dich noch mal, alles funktioniert. Das machen wir. Markus, Markus Bongertz? Ach so, ja, gerne, gerne. Ich sage auch immer vielen Dank für diese herrliche Einladung, das war ein Genuss, das war sehr fein. Meine Frau wäre gerne dabei gewesen, aber unsere Kinder leider schon ins Bett geben, waren das ja wieder Schule. Ja, ich habe das Vergnügen gehabt, dass ich das alleine trinken habe dürfen, aber es war total okay, die Frau wird mit mir auch frei haben, aber die Käsesorten waren sensationell, muss ich ehrlich sagen, ich bin so und so ohnehin ein Käseliebhaber und deine Erklärungen dazu, das hat das wirklich noch abgerundet und es war sehr fein, absolut genial und von Gammlitz schöne Grüße noch Alt Hoffen. Danke. Ich möchte auch noch kurz was sagen, also für mich war das auch eine tolle neue Erfahrung, muss ich sagen, also ich komme eigentlich aus einer anderen Ecke, also eher hoch. Und ja, es waren die Käse, auch die Käse waren eine tolle neue Erfahrung, also Ziegenkäse, also Selle-sur-Sheer zum Beispiel, das war ganz, ganz toll und auch vor Mint zum Beispiel, war mir völlig unbekannt bis jetzt, ganz, ganz toll, ganz, ganz toll und auch die Erklärung von Heidi Schröck ganz, ganz toll und zu den Blau-Schimmel-Käsesorten, muss ich sagen, also das war von der Kombination her für mich absolut sensationell, weil sich das so aufhebt, irgendwie und ja, das harmonisch wird dann. Und mein Käse-Highlight, muss ich sagen, war der Conté, also sehr, sehr gut. Okay. Also wirklich alle, alle sehr, sehr gut. Bei den Käsen, zum Beispiel Reblechon, es war ja okay, mit dem haben wir ein bisschen mich beschäftigen müssen, aber sehr, sehr interessant und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass wir teilnehmen haben dürfen. Ja, gerne. Ja, gerne. Ja, gerne. Cool. Ingrid, eins muss ich noch sagen und Gottfried, also ich kenne ja vom Nuat einige seiner Ziegenkäse, aber den kannte ich nicht, der ist sensationell, ich schmecke ihn immer noch. Ja. Ja. Ja, passt. Zu dem Käse und zum Nuat, muss ich noch zu sagen, der Nuat verkauft den Käse relativ frisch. Und wenn er den Käse für sich kosten will, dann kauft er bei mir einen zurück. Jedes Stück gibt es nur bei uns, so. Das ist eine eigene Gefichte, ja. Ich kenne nur, ich habe ihn im Sandwirt auch gehabt, der Gregor hat da immer frisch eingekauft, aber natürlich die frischen Ziegenkäse und so weiter, aber sensationell, sensationell. Danke vielmals. Zwei Minuten haben wir noch, ich weiß nicht, ob es von allein abgeschalten wird, aber bis dahin könnte man einfach noch weitermachen. Darf ich mich noch einmal melden und möchte einfach sagen, dass die gerade die österreichischen Weine nochmal betonen, dass das wirklich so grandios ist, wie die Reifen, wie frisch die sind. Spricht für die Winzer, spricht für den Weinkeller, wo es gelagert ist. Also, liebe Leute, habt keine Angst vor gereiften Jahrgängen, im Gegenteil, die performen so super. Und da haben viele andere Nationen wirklich Mühe mitzukommen, dass in der Reife die Weine so schön sind. Danke, liebe Winzer. Also, super gemacht, super ausgesucht und mit jedem Schluck eine große Freude. Was die Annemarie meint ist, speziell auch Weißweine sind wunderbar gereift zu trinken, wie man das beim von Minzig 2001 sieht. Wir haben ja einige Weingüter, die sich darauf spezialisiert haben, reife Weißweine anzubieten auch. Da haben wir in Österreich grandiose Sachen. Probieren Sie das. Lassen Sie sich beraten. Dafür gibt es Sommeliers. Ich denke sowieso, dass man überhaupt eine große Zukunft hat. Also, ich glaube, das ist schon eine Rebsorte der Zukunft. Ich glaube, wie die Heidi sagt. Da habe ich doch jetzt ein Hirtabier gesehen. Bitte? Irgendwo haben wir jetzt, glaube ich, ein Hirtabier gesehen. Bei mir? Bei wem? Bei dir nicht, aber irgendwo auf den Kühlschrank. Bier und Käse wäre auch ein super Thema. Ja. Könnte man auch machen. Ja. Oder müssen wir zuerst die 15 Konnen Käse, Weingeschichten machen und dann Bier machen. Aber ich glaube schon, dass dieses Thema gereifte Weine und Kombination mit Essen und so weiter ist ein großes Thema. Und da ist es eine große Aufgabe der Gastronomie und der Sommelier. Oder zuerst einmal die Gastronomie zu bekehren und zu sagen, hey, es schmeckt eigentlich alles viel besser, wenn der Wein ein bisschen reifer hat. Also das ist unsere, also bei mir, ich sage immer, ich bin halt ein reifer Frick, weil einfach Baderston lebt. Das Essen, der Wein. Und dann habe ich etwas, dass wenn der Reus da ist und rausgegeht, dann ist er glücklich und zufrieden. Und der sagt, hey, das war super, das war cool. Und da komme ich gerne wieder her. Das ist das Ziel von uns beiden, sage ich jetzt, ist es einfach, Menschen glücklich zu machen. Und wenn sie da rausgehen bei uns, dann müssen sie irgendwie sagen, das war jetzt echt einfach schön. Und da sind wir zwei, Bachler und Bachler, auch glücklich. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Wir würden uns aber freuen, weil abgeschalten sind wir noch nicht. Gibt es denn noch Meldungen? Bitte dann jetzt schalten Sie ein Mikrofon an und auf geht's. Franz Bosisch. Das habe ich nie gesehen, dass du gerade was einschalten wolltest. Der Mann hat mit uns geredet im Chat, aber nur privat. Robert Uckowitz, ich glaube, der sich schon ausgeschnitten hat, das sehr bescheidene Davi angeschaut. Aber er hat sich über den Chat mit uns, Sabine und Gerhard, vielleicht, wenn man das mit Zoom noch ein bisschen besser machen kann. Aber nein, es war genial. Super. Dankeschön. Dankeschön. Nochmals herzlichen Dank, Ingrid und Gottfried. Es war ganz großartig. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Wie gesagt, Sie können es auch gerne nochmal bei YouTube nachschauen. Morgen haben wir es dann aufgeladen und da gehört der Sommeröferein. YouTube kennt der Sommeröferein. Danke. Super. Michi, danke fürs Herz. Michi, danke fürs Herz. Dankeschön. Lieber Klaus, bevor Sie uns ausschalten, ich möchte mich einfach recht, recht herzlich bei dir bedanken für diese große Aufgabe, die du da heute übernommen hast, weil wir kennen uns da echt nicht aus und du hast das ganz brav alles gemeistert. Danke vielmals. Es gibt in Kärnten wirklich einen Präsidenten des Sommeröfereins. Der ist so untriebig und rührig und ich wünsche mir dir die nächsten 20 Jahre, weil dann geht echt was weiter. Danke dir vielmals Klaus. 20 Jahre war ein bisschen problematisch. Ja gut, also. Wenn gerade noch Zeit ist, darf ich gerade noch ganz kurz was österreichweites ansagen. Und zwar diejenigen unter euch, die sich für Wettbewerbe interessieren. Wir haben am 10. und am 11. Mai haben wir am 10. haben wir beste Nachwuchssommelier Österreichs. Wer da mitmachen möchte, bitte. Das betrifft alle, die noch nicht Diplom sind, die sich da matchen wollen, sind herzlich eingeladen in Wien im Red is the Blue teilzunehmen oder am 11. Bestesommelier Österreichs, der uns dann bei der nächsten Weltmeisterschaft vertreten wird. Also, liebe Leute, wer Lust hat, sich hier wettbewerbsmäßig zu engagieren, ist herzlich willkommen bei uns. Herzlichen Dank, Anne-Marie. Die Ingrid, ich und der Gerald Klinik, der wird sicher auch noch mit dabei sein, wenn wir schon zu dritt antanzen in Wien beim Bestesommelier. Ich hoffe, ich hoffe, wir dürfen. Ich möchte mich auch noch bedanken bei euch fürs Zuschauen. Grüße auch an alle Kollegen und an alle Verkostet, die mit dabei waren. Dankeschön. War eine super Sache, ja. Danke dir. Danke, Ruth. Gerne. So. Dann wünsche ich allen noch einmal einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal im Kino vom Kärntnersommelierverein. Fiat euch. Fiat euch. Fiat euch. Fiat euch. Fiat euch. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschau, papa. Ciao, Vielen Dank.